Hallo und willkommen zu Daru Di Donato, Comiczeichner und Autor, 38, aber manchmal, wenn ich nicht zeichne, versuche ich nicht zu sterben und ewig zu leben und ich glaube, wir kriegen das hin. Und heute heißt das Thema nie wieder Verstopfung und wie man Verstopfung sozusagen auf natürlichem Wege heilt, Ursachen und Lösungen, ich komme gleich dazu, aber ich sehe auf YouTube ganz viele Videos so über Symptome von Doktoren, die sagen euch, was zu tun ist, aber die bieten euch keine Lösung. Deswegen eigentlich, wenn ihr ein Problem habt, sollte das gelöst werden, wenn es nicht gelöst werden kann, solltet ihr da Energie und Geld und Kohle entziehen, weil dann ist es einfach nur eine Therapie und dann bringt es gar nichts, auch wenn manchmal Linderung da ist. Ich hatte sehr, sehr lange Zeit Neurodermitis, das ist jetzt alles verschwunden, schon vor langer Zeit, aber ich bin immer nur zum Doktor und der hat es nie gelöst an der Wurzel, sondern der hat es immer nur therapiert an der Oberfläche und deswegen mache ich diese Videos A, weil ich gerne die Hilfe bekommen hätte, B, weil ich euch gerne helfen will, ich glaube jedem Menschen, dem es da draußen gesund geht, ist einfach ein besserer Mensch und C, einfach Rache, wie in einem guten 90s Movie oder 80s Movie, einfach Rache. Also, nie wieder verstopft, nie wieder Verstopfung, also, wollt ihr gleich haben oder soll ich euch kurz die Geschichte erzählen? Ich glaube, bleibt, ich möchte es nicht zu lang machen, ich erzähle euch warum. Also, wir haben den Monat September 2023 und diesen Monat habe ich komplett durchgehasselt. Ah, ich hätte das jetzt lauter klatschen müssen. Durchgehasselt. Also, ich habe Workshops gegeben für Comics, ich habe nebenher noch an oder in einer Bar gearbeitet. Es waren warme Tage, es waren lange, lange Arbeitstage, teilweise mehrere Tage am Stück, so 12 Stunden Schichten mit viel Bewegen, viel Stress, irgendwas, so familiäre Sachen, so mit Erbschaft, was man zu klären hat, ganz viele Rechnungen, gucken, wo die nächste Kohle rankommt. Ihr seht schon, Stress könnte man das nennen und ganz viele Verpflichtungen und nebenher habe ich auch gemerkt, dass zum Beispiel, also, wie gesagt, es gab viel Arbeit, viel Stress, viel Verpflichtungen und dazu habe ich es mir dann auch noch im Gym gegeben, jetzt nicht, dass ich jetzt mega breit geworden bin oder so, aber ich habe gedacht, ich darf das nicht unterbrechen, diesen Run, weil sozusagen alles an meinem Körper wächst wieder in einer guten Art und Weise und dann gucke ich, dass ich einfach konsistent dreimal die Woche hingehe und Push-Pull-Legs mache. So, jetzt habt ihr, jetzt fragt ihr euch, wann kommen wir zum Punkt? Wir kommen gleich zum Punkt. Das ist nämlich auch schon der Punkt. Normalerweise essen wir Sachen und scheiden diese Sachen aus und die Ausscheidung, bevor die Ausscheidung kommt, die Verarbeitung des Essens ist eine wichtige Sache. Das heißt, Lebensmittel sind dazu da, dass ihr lebt, ihr braucht auch Wasser, ihr braucht Sauerstoff, aber natürlich euer Körper regeneriert sich und baut sich auf durch, glaube ich, Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße, wozu dann noch alles da ist, aber ihr wisst wahrscheinlich, das ist alles essentiell wichtig, dazu noch Vitamine und alles und manche Leute haben das Problem mit Morbus Crohn, dass sie es nicht halten können oder Durchfall und ich hatte eigentlich nie das Problem wirklich mit Trockenheit oder Durchfall, aber diesen Monat hatte ich dann das Problem und das hat sich langsam angebahnt, dass ich sozusagen normalerweise habe ich einmal täglich den Stimulus, also laut der traditionellen chinesischen Medizin sollte man sozusagen, gibt es von 5 Uhr morgens bis 7 Uhr ist die Gedickdarmzeit und von 3 Uhr bis 5 Uhr morgens, also während ihr schlaft, das ist sehr wichtig, ist sozusagen die Lungenzeit und alles, was der Körper nicht braucht aus euren Organen, wird dann sozusagen verpackt und ausgeschieden, das ist dann ein sehr wichtiger Prozess und von 23 Uhr ist Gallenblase und dann später die Leber, Entgiftung, also zuerst praktisch Entgiftung und am Abend auch dieses Zuruhe kommen, whatever. Auf jeden Fall, ich habe durch das lange Arbeiten, bin ich manchmal wenig, also ich habe wenig Schlaf bekommen, viel Bewegung, viel Auszehrung, war viel an der Sonne und habe im Laufe des Monats dann sozusagen etwas entwickelt, ich hatte sozusagen dann morgens den Reiz, den Stimulus auf die Toilette zu gehen, bin dann aber immer und war nicht zufrieden mit dem, was rauskam. Es war zu trocken, es war zu hart, es war nicht schön, es war kein angenehmes Erlebnis, jeder weiß, wenn er aufs Klo geht und es ist einfach nur ein schönes Erlebnis, dann fühlt man sich danach erleichtert und gut und das ist eine sehr wichtige und gute Sache, also ich denke, wenn man sich gut fühlt bei solchen Dingen, ja und die letzten Tage war es dann so, dass ich, also der Stress, aber auch der Erfolg haben sich natürlich auch gesteigert, deswegen bin ich auch nicht vom Gaspedal runter, aber die letzten Tage habe ich dann extrem gearbeitet, lang, viel und habe dann auch auf einem Fest gearbeitet, sozusagen im Service oder hinter der Bar, das war sozusagen mein Nebenjob, neben sozusagen der Kunst, weil ich mache gerade ein Comicprojekt fertig und habe gerade noch meinen Sidecash und dort habe ich sozusagen unregelmäßig gegessen und es gab nur so Sachen wie Wurst, Brot, Baguettes, Käse, Pommes, Süßes, also komplett alles, was ihr euch vorstellen könnt, was irgendwie eventuell gut schmecken könnte, aber komplett frei von Ballaststoffen ist und weil ich keine richtige Zeit hatte, irgendwie ein Müsli zu essen oder ich habe, beziehungsweise ich habe auch Müsli gegessen, aber mit Milch, wir kommen gleich dazu noch, aber ich habe dann mich drei oder vier Tage auf diesem Fest praktisch von dem ernährt, was da war und habe dann spät oder gar nicht gegessen und musste dann zwei Tage nicht auf die Toilette, was dann dazu führt, dass ich dann gestern musste, aber das war dann so eine Sache, wo ich wirklich nicht eine halbe Stunde, gefühlt eine halbe Stunde auf der Toilette saß, aber echt lange und es wollte nicht rauskommen. Es war schon fast draußen, aber es wollte nicht rauskommen und das war dann so der Punkt, der maximale Punkt, wo ich gesagt habe, sowas will ich nie wieder haben in meinem Leben, denn ich habe mir so gedacht, was, wenn das jetzt nicht rauskommt, was mache ich jetzt hier? Ich kenne die Geschichte von einem Kumpel, der ist irgendwie, der musste und ist dann nicht gegangen und er musste ganz dringend und hat es dann irgendwie nicht verhalten und dann am nächsten Tag haben die Leute gefragt oder die Kumpels gefragt, ja und, wo warst du denn in der Schule? Und dann hat er gesagt, ja, er musste ins Krankenhaus, dort hat er einen Einlauf bekommen. Auf sowas habe ich überhaupt keinen Bock. Deswegen habe ich mich da entspannt, habe dann kurz gebetet und dann kam es raus, es war nicht schön, zum Glück aber kam es raus und dann habe ich mir geschworen, ich würde es nie wieder haben in meinem Leben und dann habe ich geguckt, was mache ich falsch, was mache ich richtig und dann mal wieder getippt, TCM, Traditionelle Ketische Medizin, Verstopfung und irgendwo habe ich bestimmt auch noch den Zettel hier, das ist er nicht. Auf jeden Fall steht da dran, dass sozusagen der Körper ausgetrocknet ist oder sehr trocken, vor allem der Dickdarm ist dann ausgetrocknet und was ich dann eben noch gemacht habe, ich hatte die letzten drei Tage mich dann eben nur von Fleisch, Wurst, Käse, Brot, Süßem ernährt, ohne Gemüse, ohne dass es suppig war, ohne dass es warme Speisen waren. Ich esse normalerweise Früchte, aber ich hatte wirklich keine Zeit, welche zu essen. Das heißt sogar als jemand, der total conscious ist wie ich über diese Ernährungsdinger, ich habe das einfach mal kurz nach hinten oder auf die Seite fallen lassen und ich fand, es hat sich dann nicht gelohnt, weil einfach meine Gesundheit vorgeht und dann habe ich gestern Folgendes gemacht. Ich habe dann sozusagen einen Tee getrunken, was warm ist, denn manchmal braucht sozusagen also die Darmwand nicht nur Wasser, sondern manchmal auch warmes Wasser, manchmal könnte es sein, dass der Darm verschlackt ist. Man sagt, dass Milchprodukte, also vor allem Käse oder fette Dinge auch dem Darm Wasser entziehen können oder dass wenn ihr sozusagen keine Ballaststoffe habt wie Gemüse, einfach das ist so trocken, also es kann nicht wirklich durchfluschen, es kann nicht richtig eingepackt werden und dann habt ihr nur so Bröckelchen und dann habe ich sozusagen einen Gang praktisch wieder in die richtige Richtung geschoben, habe dann auch Milch wieder rausgenommen, weil ich nicht weiß, ich habe vielleicht das Gefühl, dass zum Beispiel Kuhmilch bei mir Trockenheit im Darm vorsacht, ich weiß noch nicht was, aber ich habe dann sozusagen Hafermilch genommen, bei der TCM stand dann darin, Früchte tun gut, gekochtes Gemüse tut gut, also praktisch alles, was irgendwie saftig ist und man sollte eben rausnehmen, so viel Salz, also praktisch Wurst, Käse, Fleisch, also Fleisch weiß ich jetzt nicht, aber Wurst und Käse sollen sehr salzhaltig sein, sehr trocken sein, Brotspreisen nicht so gut, Süßes haben halt eher keine Ballaststoffe und deswegen praktisch ganz normal sich ernährt, also Kartoffeln, Reis, Gemüsesorten, was auch immer das ist, ob das Erbsen sind oder Bohnen oder Tomaten oder Zwiebeln oder Grünzeug und ich habe dann eben morgens ein schönes Müsli gegessen, da waren drin Haferflocken, Hafermilch und auch nicht kalt gegessen, weil kalte Sachen sind, man nennt das Astringent, das heißt die ziehen zusammen und die warmen Sachen, die sind eher schön dann für den Flow, auch wenn ihr eine Wunde habt oder ihr stößt euch das Knöchel, ihr tut zum Beispiel erstmal kühlen, damit sich das zusammenzieht oder wenn ihr eine Wunde habt, aber wenn ihr wollt, dass es fließt, dann ist eigentlich was Warmes, was Gutes, weil dann entspannt sich es und wie gesagt, dann habe ich den Porridge warm gemacht, dazu noch Honig, der soll sozusagen auch diese Darmwand, wie so Ölen, habe dann Nüsse rein und ihr seht schon, dann geht es wieder eher in eine gesündere Richtung, habe dann gestern bei der Arbeit meine Chefin gefragt, ob das okay ist, wenn ich früher gehe, ich habe gesagt, ich brauche einfach ein bisschen Ruhe und eine warme Speise und hat die gesagt, ja mach das, geh nach Hause, entspann dich, iss was Warmes, kann ich gut verstehen, weil ich weiß, dass die ab und zu auch so Magengeschichten hatte, deswegen also Touren dem Musiker und Leute, die viel unterwegs sind, können vielleicht davon zeugen, das ist jetzt vielleicht doch ein langes Video, lasst mich kurz schauen, wo sind wir bei 11 Minuten, ja geht vielleicht noch, was ich euch sagen kann, tut eurem Dickdarm etwas Gutes, diese Brot, Wurst, Käsesachen oder so Milch, Zucker, solche Dinge, auch wenn es draufsteht, dass das Essen ist, das ist tatsächlich, oder auch kalte Speisen, fertige Speisen, Brotzeiten, auf Dauer oder über mehrere Tage ist das überhaupt nichts für den Körper, das sozusagen entzieht eurem Körper oder Darm, das Wasser, das ist so, wenn ihr eine Suppe habt und ihr tut da Mehl rein und dann dickt es ein und jedes Mal, wenn ihr Eindickung in eurem menschlichen Körper habt, dann würde ich sagen, eher nicht gut, denn alles in eurem Körper sollte fließen, ihr habt Stellen, ja, die erreicht werden sollten mit Nährstoffen, Blut, Flüssigkeit und ist eine komplexe Maschine, aber doch tatsächlich sehr simpel in den heutigen Zeiten in einem guten Zustand zu halten, ihr habt länger Freude dran, ich hoffe, ich konnte jetzt alles beantworten, für die Leute, die noch interessiert sind, wegen dem Brat und Dose Video, tatsächlich kommt mein Zahnfleisch wieder runter und ich glaube, dass die Geschichte mit der Darmtrockenheit, mit dem Stress, mit der Ausdrucknung, mit dem Klima, mit dem langen Arbeiten und meiner Ernährung dazu geführt haben, dass sozusagen, dass ich Parodontose hatte an diesen Zähnen, wo sozusagen der Dickdarmmeridian verläuft und hier oben, wo zum Beispiel auch der Scalp, der war am Wochenende auch ganz ölig und dann habe ich nochmal nachgeschaut, also der war wirklich, der hat hier richtig Öl rausgeschwitzt und da stand dran, wenn Milzmagen und Pankreas zu viel zu arbeiten haben oder zu fettige, zu süße Speise bekommen haben, dann versucht der Körper das auszuscheiden, deswegen ist es tatsächlich irgendwie eine ganze Suppe oder ein ganzer Guss, diese Sache mit der Ernährung und mit dem Lebensstil und wer weiß, vielleicht kommen noch viele Videos, es gibt definitiv auch nicht nur über Gesundheitssachen zu sagen, sondern auch über gesellschaftliche Dinge, aber ja, nie wieder harten Stuhl für euch. Ich hoffe, ich konnte Abhilfe schaffen. Wir sehen uns bis zum nächsten Video.